Hallo von unterwegs auf dem Weg nach Civitavec. Ja, ich habe heute Morgen irgendwie verschwitzt, das Video für heute zu machen oder das Intro. Wir waren heute in Genua, sind jetzt, wie ihr eben seht, schon wieder ausgelaufen und wir hatten einen richtig, richtig tollen Tag. Genua kennen wir eigentlich schon, wir waren zweimal dort, allerdings ist Ken viel gesagt, denn wir kennen nur den Hafen, sind dort ausgelaufen oder haben dort die Kreuzfahrt damals gestartet. Heute war es halt anders, es war für uns normaler Hafenstoff. Wir waren auf eigene Forst unterwegs und haben uns die Stadt angeguckt, die wirklich richtig cool ist. Man kann vieles zu Fuß gut erreichen. Ja, und was wir da alles so gesehen, gemacht haben, das zeige ich euch jetzt. Wir waren auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020